Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Memberships auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind ja ein kleines Stückchen gewachsen und haben jetzt neue Funktionalitäten freigeschaltet bekommen von YouTube. Nämlich, man kann jetzt Mitglied werden, zahlendes Mitglied von unserem YouTube-Kanal. Warum sollte man dafür zahlen, einen kostenfreien YouTube-Kanal zu abonnieren? Naja, man bekommt natürlich besondere Extras, an die andere nicht rankommen. Und ja, genau, worauf läuft das jetzt hinaus? Es gibt praktisch drei Stufen von Memberships, die ihr hier innerhalb von YouTube dann abschließen könnt. Dann zahlt ihr monatlich einen gewissen Betrag und dann bekommt ihr über den Membership-Bereich von YouTube die entsprechenden Extras auch schon dargereicht. Die erste Stufe ist hier der Supporter für 2 Euro im Monat. Und was steckt dahinter? Ihr bekommt dann einerseits ein tolles Logo. Wenn ihr kommentiert oder in einem Livestream von uns chattet, dann sieht man das Logo neben euch, unser Energiewirtschaft-Einfach-Logo. Das ist so das Erste. Das ist ganz nett. Aber natürlich, worum es eigentlich geht, ihr bekommt einen 10-prozentigen Rabattcode für unseren E-Book- und Online-Kurs-Shop. Wenn ihr also das abschließt, dann bekommt ihr hier innerhalb vom Membership-System von YouTube dann den Rabattcode angezeigt. Der wird sich dann regelmäßig ändern, aber den könnt ihr auch unendlich oft anwenden und dementsprechend auch unendlich oft diese 10% Rabatt auf unsere E-Books und Online-Kurse auch anwenden. Die zweite Stufe ist dann der Fan. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr genauso auch diesen Badge, dieses Logo, wenn ihr kommentiert, aber bekommt vor allem noch einen 20-prozentigen Rabatt auf unsere E-Books und Online-Kurse, was dann natürlich nochmal besonders spürbar ist. Das sind dann zwar auch 5 Euro im Monat, das ist schon mal halbes Netflix, aber man bekommt eben diesen wirklich spürbaren Effekt auf unserem Online-Kurs-Shop und E-Book-Shop. Ich denke, das ist auch schon mal was ganz Cooles und vor allem zeichnet das natürlich unsere ganz besonders tollen Fans aus, wenn sie unseren Kanal natürlich auch nochmal extra unterstützen wollen. Die dritte Stufe, das ist dann nochmal ein ganz schöner Sprung. Das nennen wir Energiebündel und das kostet tatsächlich ganze 50 Euro im Monat. Aber warum? Da geht es um deutlich mehr, da geht es um ein Coaching. Schlussendlich werden wir dann nämlich diesen Mitgliedern, die das machen, einen Link zukommen lassen für eine praktisch private YouTube-Session. Die ist dann auch nur über diesen Membership-Kanal freigeschaltet. Wir werden uns dann terminlich austauschen, wann es eben passt. Und dann werdet ihr direkt mit mir sprechen können und dann machen wir praktisch eine Diskussionsrunde oder machen Frage-Antwort-Situationen, dass ihr zum Beispiel eure fachlichen, technischen oder allgemeinen Fragen rund um die Energiewirtschaft und die anschließenden Themen einfach mitbringen könnt oder auch vorher schicken könnt. Und dann besprechen wir das, dann recherchiere ich das und schicke euch das auch nochmal im Zweifel im Nachhinein. Aber vor allem könnt ihr eben direkt in ein unmittelbares Coaching gehen. Ihr könnt Themen mitbringen, die ich auch live recherchiere und so weiter. Ich denke, das ist eine ganz coole Geschichte. Das machen wir dann eben so ein-, zweimal im Monat, je nachdem, wie es eben auch terminlich für alle passt, vor allem natürlich auch für euch. Aber das Coole ist, wenn ihr das macht, bin ich natürlich auch verpflichtet, euch da zu helfen. Und das machen wir dann eben auch. Ich denke, das ist ein ganz cooler Weg, um nochmal mit ganz anderen Mitteln jetzt hier in den direkten Kontakt zu treten. Und wenn ihr das eben machen wollt, diese Funktionen sind jetzt freigeschaltet. Ihr könnt das, denke ich, auch sofort schon aktivieren, wenn dieses Video veröffentlicht ist. Und dann werdet ihr ziemlich sofort den Zugang haben zu diesen Besonderheiten, vor allem mit Rabattcodes, aber dann eben auch zu den direkten Sessions mit mir hier auf YouTube. Ja, das ist es eigentlich. Das sind so die ersten coolen und tollen Neuigkeiten rund um unser Unternehmen. Wir gehen jetzt mal hier neue Wege mit YouTube und schauen mal, was da noch draus wird. In der Zukunft gibt es noch mal ein paar mehr Behind-the-Scenes-Videos, weil sich wirklich einiges bei uns verändert hat. Unser Team ist gewachsen, wir filmieren gerade zur GmbH um, also da passieren einige spannende Dinge. Und wir erweitern auch unser Angebot nochmal ganz schön deutlich. Also von daher bleibt dran und bleibt uns gewogen. Habt ihr erstmal grundsätzlich Fragen zu diesem Community-Ansatz mit den Mitgliedschaften? Stellt die gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.